Herzlich Willkommen zu einem... Was machst du? Ich bin in deinem Team. Ja, herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Random. Diesmal mit einem guten Freund, Reito. Hallo. Nenne ich den jetzt einfach mal. Und wir spielen das Hex... Hexball. Das Spiel Hexball. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal rein ins Geschehen und schauen, was draus wird. Ich glaube, ich habe Anstoß und deswegen... Oh, oh, ne, weil... Also das... Oh, ja, warte, der geht schon gleich in die richtige Richtung. Nein, das war Posten. Ja, warte, ich kann durch dich durchschießen. Das war, das war Eigentor, sieht man direkt, aber... Ach, komm, komm runter. Jawohl. Ah, Mist. Das finde ich sehr gut, jetzt habe ich nämlich einen Punkt. Und... Nein! Ja! Das Männchen, das stieß zu langsam für den Ball. Ich weiß. Nein, tu es an. Ah, nein, er hat mich umtrippelt. Ein klasse Trippler von... Ja, und wolle. Und da ist der zweite Punkt auch schon gefallen. Diesmal gewinne ich aber. Wir haben schon zwei Runden gespielt. In der ersten Runde habe ich gewonnen. In der zweiten Runde hat er gewonnen. Und diesmal gewinne ich. Oh. Weil er einfach... Nein! Das mache ich. Komm. Nein! Ja! Ja! Doppelte Geschwindigkeit! Nein! Ja! Das ist ja auch. So sieht es aus. So sieht es gut. Nein! Ich... Das ist der dritte Punkt. Und ich unterbreche dich gerade. Aber... Das sollte man in die Beschreibung schauen. Und das Spiel spielen. Denn es macht sehr viel Spaß, wenn man es alleine spielt. Oh! Der Kackposten hat sich verschoben. Das sehe ich. Das sehe ich. Nein! Nein! Komm! 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 Ah! 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 Nein! Komm! Nein! Ja! Nein! Nein! Ich habe schon die Tastatur losgelassen. Ach, das war ein großer Fehler bei dir. Ich beiße mir gleich die Zunge ab. Komm! Nein! Ja! Ich bin vorbei. Ja! Nein! Rein ins Tor! So lange... Ich habe so lange drum gekämpft. Komm! Ja! 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 Ich gewinne. Ich zittere so am ganzen Körper eigentlich überhaupt. Aber... Der Ball ist noch heiß. Der Ball ist noch heiß. Der Ball ist noch sehr heiß. Ich verbrenne mir gleich die Füße daran. Auch wenn dieses komische kleine Männchen da nur einen Wasserkopf hat und sonst gar nicht mehr. Renn, 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 renn! Komm! Du bist schneller wie ich, du Cheat! Ja! Nein, nein, nein! Ich glaube, du drückst mich auch etwas. Wow! Also das ist jetzt eine echt lange Partie. Und der Ball... Ich bin durchs Tor! Ich kann cheaten! Ich habe dir Fly-Mode an, da. Ja! Komm, 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 komm! Schneller, schneller! Nein! Schneller! Doch! Komm! Das wird ein Tor! Nein! Komm, komm, komm! Das wird... Nein! Also... Yeah! Vielleicht können... Vielleicht wird es diesmal... Ähm... Eine echte... Herausforderung... Oh! Noch war das nichts! Oh, ich habe... Das ist eine echte Herausforderung, dieses Spiel. Auch wenn es so... Nein! So simpel ist... Geh! Nein, 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 nein! Ich muss doch lachen! Auf, auf, auf! Der Ball ist mir! Nein! Nein! Ich habe einen großen Fehler begangen! Puh! So! Komm, das schaffe ich! Das schaffe ich! Das schaffe ich nicht! Das schaffe ich nicht! Und da ist der Ball schon wieder in der richtigen Fusse... Nein! 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 Ja! Er hat es versaut! Er hat es versaut! Er hat es versaut! Ah! Ich schaffe es diesmal! Diesmal schaffe ich es! Nein! Nein, nein, nein! Ich habe es versaut! Du schiebst den Ball viel zu lange! Ja, ich wollte einen epischen Schieber reinmachen! Das ist doch der neue... Oh, nein, nein! Nein! Ja! Nein, Alter! Nein! Nein! Das wirst du noch einmal schaffen! Oh! Ich komme früher an! Ja! Nein! Kommst du nicht! Komm! Komm! Oh! Den kürzeren Weg immer neben! Oh, da... Oh, da... Wir könnten auch... Ja! Ja! Oh! Oh! Der hat es voll selbst reinzerbriert! Oh! Ich... So... Ich werde gewinnen! Ich werde gewinnen! Diesmal obenrum, vielleicht klappt es dann! Es ist... Echt... Eine spannende Runde, Hexbro! Oh, ich habe... Nein! Falsches Tor! Jetzt sieht es auch eindeutig aus! Eindeutig gewinne ich! Eindeutig! Ja! Nein! Oh nein! Jetzt wird es knapp! Oh! Jetzt, 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 jetzt! Oh! Ja, ja, ja! Nein! Nein! Komm gegen den Posten! Nein! Nein! Warum runter? Ich wollte gerade ausschießen! Nein! Jetzt... Jetzt hat mich ein Fehler begangen! Oh! Ich auch! Der war viel zu tief! Nein! Jetzt aber! Komm! Nein! Porpo, Pokemon! Ich werde sie mir alle schnappen! Nein! Uuh! Kommt! Nein! Ja! Warum wärst du immer schneller wie ich? Ja! Ich habe gewonnen! Ich habe gewonnen! Reven... 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 Falls ihr... eine Revanche wollt... Nein, ich verleine jetzt eine. Nein, nicht jetzt. Nächstes Spiel, doch jetzt. Das Spiel davor war so gut. Falls ihr eine Revanche wollt, schreibt es in die Kommentare. Auf geht's, nein, Revanche. Es geht gleich zum nächsten Spiel, das ich euch noch zeigen wollte. Bis gleich. Wir sind zurück. Und herzlich willkommen zu Revenge of the First Avenger. Oder so, wie man das auch nimmer sagen will. Wir haben das andere Spiel ausprobiert, das geht aber irgendwie nicht. Deswegen kommt jetzt die Revanche von ihm angefordert und so weiter und so fort. Diesmal nur mit fünf Toren. Und es geht, würde ich mal sagen, los. Wert Anstoß, ich habe Anstoß, das ist doch immer schön. Ich entschuldige mich, falls ich verliere. Aber nein, eigentlich entschuldige ich mich, falls man meine Tasten sehr laut hört. Das liegt daran, dass ich fast durch den Tisch drücke vor Wut oder so. Nein. Nein, 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 nein. Ah. Ah, ja. Nein, 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 nein. Der rutscht rein, jawohl. Was? Aber was machen wir, wenn jetzt ich, wenn du gewinnst? Habe ich halt gewonnen. Ja, dann gibt es aber, dann war das, dann steht es 1-1. Dann schuldest du mir ein Eis. Ja, nein, ich habe ja gewonnen vorhin. Nein! Ja! Was machst du Punkte? Eine Rache funktioniert nicht, wenn man da verliert, ja? So funktioniert das System nicht, also. Ja, ich trick's das System aus. Nein! Oh, 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 oh. Das war knapp. Oh, ja, geil. Äh, shit. Was mache ich denn hier? Frag ich mich auch gerade? Nein, nein, nein. Mir helfen? Ja, gut, okay, das sehe ich. Nein. Niemals. Nein, 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 nein. Und da blinken wir wieder. Da blinken wir. Nein, 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 das war ein Eintor. Ja, das ist schon das dritte Türchen. Ich warte jetzt einfach, bis die Zeit rum ist. Du weißt schon, dass ich dann auch schmalte Gewinn. Und bei mir hängt die Zeit gerade ein wenig. Nein! Komm, 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 komm. Komm, 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 komm Denn ich werde das Ganze noch umreißen. Noch zwei Turmen, das gibt's nicht. Ja, das gibt's. Schau es dir auf YouTube an. Nein. Ja. Das ist schon das vierte Tor. Ob ich das letzte auch mal schaffe. Das war Reflexe. Und jetzt. Komm, komm, komm. Schnell runter. Lauf schneller, du kleiner. Ruter Knopf. Ja, auf, renn, renn, renn. Nein, das wirst du nicht schaffen. Warum schießt der nicht? Du musst den Ball auch berühren. Ja, ich weiß. Nein, ich hab ihn eingelenkt. Nein. Das wird kein Sieg für dich. Das wird eine Niederlage. Bis ins tiefste Mark. Es wird noch mal spannend. So was von spannend. Oh, der ist wieder in der richtigen Form. Ja, es wird noch mal. Nein. 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 Das war sehr knapp. Ich war es wahrscheinlich nicht. Nein. 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 Er ist noch so rein gerutscht. Und dieses Spiel ging eindeutig an mich. Jetzt steht es 1 zu 1. Jetzt. Irgendwann gibt es noch mal eine Revanche. Ja, ja. Ja, ja. Jetzt kommt er wieder so. Ja. Es steht 1 zu 1. Irgendwann gibt es die Entscheidung. Nein, nein, nein. Du schuldest mir ein Eis. Das ist ja klar. Ich würde mal sagen, das mit dem Eis sehen wir in der nächsten Folge. Tschüss. Nein, das mit dem Eis sehen wir dann. Tschüss. Tschüss.